Sie von Bergen, die Trainersuche ist vorbei. IB hat ab der neuen Saison einen neuen Cheftrainer, Patrick Kramann, übernehmen. Wie ist es zur Stand gekommen? Ja, es freut uns sehr. Patrick Kramann wird der neue Trainer sein, ab nächster Saison. Er war unser Wunschkandidat. Seit ein paar Wochen haben wir verschiedene Kandidaten getroffen. Patrick hat uns überzeugt von den ersten Treffen. Wir haben ihn in der zweiten Zeit noch einmal getroffen. Wir haben noch mehr über taktische Details gesprochen und waren noch einmal sehr überzeugend. Wir sind heute sehr froh, dass es geklappt hat. Du hast gesagt, er hat mich auch überzeugt. Für was steht Patrick Kramann? Was ist er für einen Trainer? Zuerst sind die menschlichen Werte bei IB sind ganz wichtig. Er ist eher eine ruhige Person. Er weiss genau, was er will. Er kann auch sehr klar sein in seinen Ideen. Und das hat uns sicher überzeugt. Und zweitenspielerisch hat er es auch bei mehreren Mannschaften gezeigt. Er kann offensiv und defensiv sehr gut spielen. Er hat eine sehr gute Saison gespielt, bis jetzt mit Winterthur auch. Vielleicht eine Mannschaftsspieler ein bisschen defensiver, aber auch sehr gut im Konter. Sie sind auch offensiv sehr, sehr interessant. Er konnte wirklich mit seinen Ideen etwas dort entwickeln. Und das wird auch nächstes Jahr bei uns sein. Kannst du uns erklären, wie läuft so eine Trainersuche ab? Gerade während der Saison, es läuft die heisse Phase in der Saison. Wie läuft der Prozess? Der Prozess ist, ich will nicht sagen einfach, aber es ist eine Liste mit ein paar Kandidaten, die wir uns als Ebertrainer vorstellen können. Und danach gehen wir in ein paar Treffen. Wir wollen diese Kandidaten treffen, um ein bisschen zu spüren, wie sind die Ideen, wie sind sie auch als Mensch. Und danach kommt vielleicht eine kleinere Liste mit drei, vier Namen drauf. Und dann kommt ein zweites Treffen dazu, wo wir vielleicht mehr in die Details gehen. Mehr über fussballerische Sachen noch in Details. Und danach ist die Zeit der Entscheidung. Heute ist die Entscheidung für Patrick Kamen. Und noch einmal sind wir sehr, sehr zufrieden. Du redest immer im März. Das heisst, es wird immer ein Komitee entschieden, nicht von dir allein. Nein, die Entscheidungen bei IB sind nie von einer Person gekommen. Ich meine, es ist klar, diese vier, fünf Personen mit Christoph Spichert, Stefan Schapisa, Gérard Castella, Ensch Graf und ihr waren dabei und wir waren alle einig über die Entscheidung. Und das ist auch sicher eine sehr gute Sache. Du als Sportchef wirst natürlich eng mit Patrick Kamen als Cheftrainer zusammenarbeiten. Der hat ihn in diversen Gesprächen kennenzulernen. Wie gut hast du ihn vorher schon gekannt? Ja, ich habe ihn vorher schon ein bisschen gekannt. Er war ein paar Mal hier im Besuch, weil er war nationaler Trainer U21. Und in dieser Zeit konnten wir uns ein bisschen austauschen über den Fussball sicher, aber auch andere Sachen. Und ich hatte eine gute Meinung. Und wir haben ihn jetzt ein paar Mal getroffen. Also diese Meinung war einfach verstärkt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es heute geklappt hat. Und jetzt, wenn wir auf die aktuelle Saison schauen. Es war von Anfang an definiert, dass Joel Magna Interimstrainer ist. Wie geht es dort mit ihm weiter und auch mit seinem Assistent, der auch interimistisch war, Herr Gérard Castella? Ja, wie gesagt, das war vom ersten Tag auch sehr klar. Auch von Seite von Joel und Gérard. Die helfen dem Verein, die helfen in der ersten Mannschaft. Die machen alles. Die bringen sehr viel Energie jeden Tag, um unsere Ziele zu erreichen. Wir haben noch zwei Schritte zu machen in Richtung unserer großen Ziel-Meister-Zitel. Und dann auch für Gérard wird wieder Nachwuchsleiter, technischer Leiter mit Christian Franke sein. Und Joel Magna wird wieder der Trainer von U21 sein, von BSCI bis nächstes Jahr. Und ist dir auch schon klar, wer das die Assistenten von Patrick Raman werden? Also von einer Seite Sultan Kadach hat seinen Vertrag bei uns von zwei Jahren verlängert. Er wird ein von den beiden Assistenten sein von Patrick Raman. Für den zweiten Platz sind wir noch am Suchen für einen Assistent-Trainer. Also gute Suche beim Assistenztrainer. Und merci vielmals für die Infos, Steve von Beggen. Merci a di.